Hallo und herzlich willkommen zurück bei Drakensack am Fluss der Zeit. Nach der Winterweihnachtspause, Schrägstrich Silvesterneujahrspause, geht es nun weiter. Wir haben hier all diese Soldaten niedergestreckt und irgendwie habe ich gerade einen Frosch im Hals. Jedenfalls stehen wir gerade kurz davor, hier ins Floss zu marschieren. Das werden wir jetzt auch tun. Ja, gespeichert habe ich ja. Schlüssel benutzen. So, und es geht los. Ich überlege nur gerade, ob ich die Rüstung noch austausch... Ich meine, ob wir uns jetzt immer noch tarnen müssen? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Nein, da dürften wir uns ja wahrscheinlich so oder so nicht aufhalten. Hm. Na, wie haben wir das gemacht? Aber Mul, ich war mir schon zumute. Das hätte sicher auch anders enden können. Das stimmt. Die Lage ist wirklich ernst. Wir müssen vorsichtig sein. Alles hängt jetzt von dieser Mora ab. Wir müssen sie finden. Ja, wir sollten uns beeilen. Als erstes gilt es herauszufinden, wo sie sich im Schloss aufhält. Okay, wir müssen also Mora finden. Ja. Ich würde sagen, wir ändern erstmal wieder unsere Rüstung. So, das haben wir. Das haben wir. Ja. Ja. So. Ei. So. Und so. Ja. Und alle sehen wieder aus wie gewohnt. Wie frisch. Wie neu. So. Kurz noch einen Blick auf die Uhr, damit ich auch sehe, wie lange die Aufnahme gehen sollte. Ich mach das. Ich glaube, wir können hier Ardo vorlaufen lassen. Schade, dass wir Vorkrim jetzt nicht dabei haben. Das wäre natürlich cool. Aber, wie ihr ja vielleicht wisst, wenn ihr die vorherigen Folgen gesehen habt, konnten wir ja leider nur drei unserer Gefährten mitnehmen. Und da ist bei mir die Wahl eben auf... Also Ardo musste dabei sein. Also konnten wir quasi nur noch zwei mitnehmen und da fiel die Wahl bei mir. Dann auf, ähm... Kuano und Pfeiris. Damit wir einen Fernkämpfer haben und jemanden, der Schlösser knacken kann und Leute bestehlen. Und da Ardo sowieso schon ein tankiger Charakter ist, ähm... So wie damals, ich ja schon wusste, dass wir nur einen von beiden retten können. Jakon oder Pfeiris. Und ich Pfeiris gerettet habe. Nicht nur weil sie... Eigentlich hätten wir uns auch in Weinfässern verstecken können, um uns hier reinschmuggeln zu lassen. Ganz alter Hut. So was macht man heutzutage nicht mehr. Ganz alter Hut? Ja, erzähl das mal, äh, hier, äh... Dem Hobbit 2. Obwohl die sich ja mit Weinfässern eher rausgeschmuggelt haben. Und das Schmuggeln war auch nicht so unauffällig, sondern eher... Ähm... Huch... Wer da? Gäste? Hier? Äh, das... Äh, das... Äh, verzeiht, edle Herrschaften. Der Zutritt zu den Vorratskellern seiner Hochgeborenen ist der Festgesellschaft nicht gestattet. Tja. Es wäre mir eine Ehre, die Hohen Herrschaften nun zum Bankettsaal zurückzugeleiten. Habt ihr einen besonderen Wunsch, was Speis und Trank belangt? So will ich sehen, dass er erfüllt wird. Hm. Hm. Wir haben in der Tat einen Wunsch. Zapf uns etwas von diesem vorzüglichen 959er-Felsteufel. Wir finden derweil schon allein zurück. Wie die Herrschaften wünschen, ich... Moment mal. Ardo vom Eberstamm. Ihr seid es vom Scheitel bis zur Sohle. Doch... Ihr auf der Gästeliste des Barons? Das hätte ich doch bemerkt. Ardo das Wort überlassen. Bei Ardo hast Speer. Brauvin? Brauvin Wendel? Ich glaub's nicht. Wie lange ist das jetzt her? Warst ein tüchtiger Bursche, war ein großer Verlust für mich seinerzeit. Aber hast es ja auch ohne mich zu was gebracht. Ach, wie man's nimmt. Das Schloss ist schön, die Feste rauschend und der Schlossherr nicht der Knausrichtste. Aber so gut wie bei euch werde ich's wohl nirgends haben. Naja, von dem Spuk mal abgesehen. Ja, Spukgeschichten haben wir so einige erlebt auf Ochsenblut. Leider ist keine Zeit in der Vergangenheit zu weilen, alter Junge. Was ich dir jetzt anvertraue, musst du für dich behalten. Koste es, was es wolle. Euer Hochwohlgeboren. Ich schwöre bei meinem Leben und allem, was mir heilig ist, kein Wort wird über meine Lippen kommen. Sagt, was ihr mir sagen müsst. Gut, dann lasst es uns kurz machen. Varun Dajin sammelt in der Schlucht hinter seinem Schloss eine geheime Streitmacht. Mit ihrer Hilfe plant er, Graf Grovin von Ferdog zu stürzen. Er plant was? Das ist ja schrecklich. Und das ist noch längst nicht alles. Darüber hinaus hatte er sich mit Flusspiraten verbündet und sie angestiftet, für ihn zu rauben, um jenes Geheimherr auszurüsten. Oh, mir wird ganz anders. Mein Herr soll ein Verräter gegen den Grafen und das Reich sein? Wenn ich es nicht aus eurem Munde gehört hätte, dann... Hätten wir es auch nicht gehört. Interessant, was ihr dem alten Brauwin da berichtet. Nur habt ihr damit auch sein Todesurteil ausgesprochen. Leider. Tja, und wenn wir ihn erledigt haben, werdet ihr dem Baron vorgeführt. Auf Spione ist er nämlich gar nicht gut zu sprechen. Vor allem, wenn er erfährt, dass ihr einen seiner Diener auf dem Gewissen habt. Ich bin Pfalzgraf Ardo vom Eberstamm und ich bestehe sogar darauf, dass sie uns eine Audienz beim Baron verschafft. Sowie freies Geleit für diesen Diener hier. Auf der Stelle. Wir nehmen nur von einem Mann Befehle entgegen. Und das seid gewiss nicht ihr. Und unseren Befehlen zufolge sind Mitwisser zu beseitigen. Und Spione sofort seiner Hochgeboren vorzuführen. Mitwisser, Spion, wo ist da schon der Unterschied? Denk mal drüber nach. Wie recht ihr doch habt. Der Baron wird nicht minder zufrieden sein, wenn wir euch alle als Mitwisser zu Bohron schicken. Ihr wollt? Was? Das ist... Ist so... Er erfährt in Ohnmacht? Okay. Kein Problem, mit den Wachen werden wir schon gern. Los, Feiris, gib ihn. Er ist ja schon tot. Na gut, machst du halt trotzdem noch einen kleinen Schlag. Boom. Boom. Beruhigt euch. Die Gefahr ist vorüber. Schätze, ja. Vorerst. Dass mich so etwas in Ohnmacht treibt. Ich werde langsam alt. Und ihr seid ebenfalls mit unserem Herrn vom Eberstamm befreundet? Mein Name ist Raya aus Andrafal. Ich helfe Ardo bei der Suche nach einer gewissen Mora. Ihr habt sie nicht zufällig hier im Schloss gesehen? Ja, die ist hier. Deswegen veranstaltet der Baron ja dieses kleine Fest. Es soll allein dem Zweck dienen, sich das erste Mal in der Öffentlichkeit mit ihr zu zeigen. Er ist geradezu besessen von mir. Besessen, dieser Schuft, den werde ich lehren. Hast du mit Mora gesprochen? Geht es ihr gut? Mit ihr gesprochen? Entschuldig der Herr, nein. So etwas käme mir nie in den Sinn. Brauvin, kannst du uns sagen, wo sie steckt? Wir müssen sie unbedingt sprechen. Es ist wirklich von größter Wichtigkeit. Ich bedauere. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo sie untergebracht ist. Ich weiß nur, dass sie zusammen mit dem Baron auf dem heutigen Bankett erscheinen soll. Ich habe da eine Idee. Brauvin, bitte führe uns zu dieser Feier. Möglichst ohne weitere Zusammenstöße mit Gästen, Wachen oder Dienern. Doch zuvor entledigen wir uns dieser Wappenröcke. Ich bin ihrer überdrüssig und allem, für was sie stehen. Für meinen Plan brauchen wir sie ohnehin nicht. Brauvin, ich hoffe, du findest ein gutes Versteck dafür. Ach, wenn's weiter nichts ist, euer Hochwohlgeboren. Dafür findet sich schon ein Eckchen. Selbiges gilt natürlich auch für die erledigten Wachen. Dann führe ich euch jetzt zum Bankettzahn. Einverstanden nach dir. Aber bitte lass das Hochwohlgeboren. Du weißt doch, wie ich unnötige Floskeln hasse. Nach dir, Brauvin. Okay, kommen wir. Schnappen wir uns hier mal noch das Loot. Ich mach das. Komm. Ja, ja, ist ja okay. Kann ich hier nicht noch irgendwie was erkunden oder so? Doch, hier ist doch noch was. Mach ich. Danke. Ist halt hier total drin. Ich frage mich, warum der Ton so seltsam ist. So. Hatte ich das schon? Schon erledigt. Helles Pferd, oh Gott. Das kann man doch immer gebrauchen. Da können wir wenigstens vor Grimm was mitbringen, wenn er schon da alleine rumhockt. Und warten muss. auf uns. Von da kam ja der Diener, ne? Haben wir noch irgendwas? Zwei Türen. Zwei Kisten. Ich dachte, wir finden hier vielleicht noch einen versteckten Schatz oder irgendwie so Spaß. Spaß. Aber nein, dann halt nicht. So. Ja? Ja. Ach ja, diese Musik, wie ich sie liebe. So, Kammerdiener Wendel. Wer ist der? Wendel. So wie La Wendel. Nur mit wie. Dann mal gucken, ob der uns hier sicher geleiten kann. Oh, hier ist noch eine Kiste. So viel Zeit muss sein. Diamantstaub, das hat sich doch schon gelohnt. Obacht. Da kommt jemand. Offensichtlich haben wir ihre Kampfkraft unterschätzt. Ja. Ich konnte mich gerade so zurückziehen. Die Piraten sind für uns nicht mehr von Beland. Gerlings Verbündete werden einsehen, dass ihre primitiven Versuche, unseren Plänen auf die Spur zu kommen, letztlich gescheitert sind. Sollten wieder erwarten, ungebetene Gäste eintreffen, weißt du, was zu tun ist, dass wir es mir nennen. Natürlich, Meister. Steht dieser Bursche etwa auch auf der Gästeliste? Es tut mir leid, das sagen zu müssen, Brauwin. Doch ich denke, Phaerys hat recht mit dem, was sie sagt. Dieser Mann ist nicht nur in die Pläne des Barons eingeweiht, er unterstützt diesen sogar dabei. Von dem Attentat auf mich ganz zu schweigen. Auch dies geht auf diesen Kaltenstein zurück. So werde ich meinem Angreifer bald Aug in Aug gegenüberstehen. Dann soll seine Ehre schon geprüft werden. Magister von Kaltenstein ist auch Teil des Komplotts? Diese Angelegenheit gewinnt immer mehr an Schrecken. In was bin ich da nur hineingeraten? In Bestrebungen, dieses Unheil noch abzuwenden. Nicht mehr und nicht weniger erfüllt euch das nicht mit Stolz? Nur nicht verzagen jetzt, alles wird gut werden. Bevor ich auf dem Bankett erkannt werde, trete ich lieber gleich als Ardo vom Eberstamm mit Gefolge auf. Ausnahmsweise mit Hochwohlgeboren und... Kannst du das, Brauwin? Oh ja, wie euer Hoch... Ähm, wie ihr wünscht. Ich eile voran, um die Stellung des Herolds zu beziehen. Der Banketzer befindet sich gleich gegenüber linker Hand. Pryos segnet die Herrschaften mit dem Mut der Gerechten. Einen Augenblick noch. Du weißt nicht zufällig, wer alles auf der Gästeliste steht? Nicht aus dem Bauch heraus. Ich kann euch aber zwei Gäste benennen, die schon da sind. Die Edelfrau Mina von Berg und seine Spektabilität, Rakorium Montagonus. Ach, schau an. Also, ich sehe euch im Banketzer. Geben wir dem guten Brauwin einen Moment. Das ist womöglich unsere beste Gelegenheit, an Mora zu kommen. Solange wir als Gäste unter Gästen auftreten, können die Halunken uns gar nichts. Hm. Und was ist mit diesem kalten Stein? Der dürfte weitaus weniger Skrupel als der Baron haben, uns gewaltsam von der Feier zu entfernen. Das ist eine Gefahr, das gebe ich zu. Aber Brauwin hat selbst gesagt, dass der Mann kein Freund von Festivitäten zu sein scheint. Und dank uns wird er mit seinen Vasallen noch das ein oder andere Hühnchen zu rupfen haben. Hm. Na schön. Das heißt, wir müssen... Wir müssen so lange dort ausharren, bis Dajin bei dem Bankett auftaucht? Ja und nein. Wenn es uns gelingt, unter den Gästen für Unmut zu sorgen, wird Baron Dajin gezwungen sein, die Laune der Gäste mit seinem früheren Auftritt zu bessern. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das anstellen. Diese Edelfrau vom Berg, die Brauwin erwähnte, ist eine furchtbare Klatschbase. Sie lässt sich kaum ein Fest entgehen. Von ihr bekommen wir mehr als genug Stoff, um die Stimmung der Gäste zu trüben. Als mein Gefolge müsst ihr euch natürlich benehmen. Das Adelsvolk auf dem Bankett hat sicher keinen Schimmer von dem, was hier vor sich geht. Und so soll es auch bleiben. Aber vor allem keine Keilerei. Du bist ganz sicher, dass der Baron nicht zu viel bekommt und uns einfach in den Kerker werfen lässt? Nein, das würde ein schlechtes Beispiel für seine anderen Gäste abgeben. Keiner würde noch einer Einladung folgen, aus Angst, dies könne hier jedem Gast zustoßen. Vertraut mir, ich kenne dieses Völkchen ziemlich gut. Leider. Okay. Glaube ich mal Ardo. Ich speichere trotzdem mal. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es hier nach... ... ... ... Das spielt doch keine Rolle. Wir müssen mit Mora sprechen, um herauszufinden, wo die Krone ist. Hm. Also ich finde ja... Kohano hat recht. Was haben wir da? Eine Tür? Ich gucke mal ganz kurz. Ähm. Da ist Kamadina Wendel. Ich gehe mal nach rechts. Verschlossen. Wird gemacht. Eine gute Entscheidung. No. Kriegst du die auf? Aha. Wird gemacht. Da kamen die wohl her. Ein Labor. Haben wir hier noch irgendwas Cooles? Versteckter Schatz. Sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Na gut, dann mache ich jetzt einfach mal den versteckten Schatz auf. Schloss geöffnet. Aber sicher. Oha. Das nehme ich auf jeden Fall. Das auch. Das auch. Das geht auch an den Willenstrunk. Was macht denn der Willenstrunk? Oha. Zu niedrig? Ähm. Dann müssen wir natürlich die Gläser der Erkenntnis aufsetzen. Ups. Regen der Ausdauer. Mhm. Mach ich mal wieder so? Ja. Wollte ich nicht... Feires auch eigentlich... Hm. Regen der Ausdauer brauchen wir eigentlich nicht. Aber Feires gebe ich mal den Ring der... ...Astralkraft. Da hat sie zwar leider nicht mehr so viel Ausdauer, aber... Was soll's? Was? Den Pfeil gebe ich immer. Den Bogen meine ich. So. Dann wissen wir jetzt zumindest schon mal, wo die herkamen. Da geht es in den großen Bankettsaal. Mal gucken, ob wir noch irgendwie... Da geht es rein. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Da geht es wohl auch nicht weiter. Ja. Schon erledigt. Feires bleibt immer irgendwo hängen. Ich gebe mein Bestes. Los doch. Ja. Nein. Falsch. Ah. So. Oh nein. Schießen. Das ist nicht gut. Die Feile sind so teuer. Ja. Nur A, du Gute. Ach, das habe ich schon. Aber die hieß du noch nicht. Habe ich? Ah, nee. Ah, gut. Perfekt. Ja. Ja, das ist ja auch der perfekte Schnitt-Cliffhänger für die nächste Folge. Hier geht es in den Bankettsaal. Ich sehe hier schon den treuen Kamerliner Wendel stehen, der uns dann ankündigen wird, wenn wir hier reingehen. Und das machen wir aber in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss.